Yo Freunde, was läuft, was geht, Campingville ist zurück, eine neue Folge, wir sind heute wieder im Pfeif-Kringos-Casino, heute geht es in eine Runde Greedy Wolf, ich habe eine Balance von 57.600 Euro, heute geht es in Max-Einsatz Greedy Wolf, 102,50 Euro, let's go, schön, dass ihr dabei seid, ich übertreibe heute mal, mal gucken, ob was kommt, ja, hoffentlich 5 mal Building in Progress und eine schöne Auszahlung oder den guten einen Wolf, wieder voll auf 102,50 Euro, wird das natürlich richtig knallen, schön, dass ihr dabei seid, schön, dass ihr euren verrückten YouTuber wieder anschauen wollt, ich hoffe, es wird eine längere Folge, wie immer, ich hoffe, euch geht es gut, nehmt euch was zu trinken, was zu essen, genießt diese Folge und Abfahrt, 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 102 Euro, tatsächlich hatte ich ja auf 102 Euro schon mal ein richtig, richtig krasses Bild bei dem Spiel, ähm, ja, könnt ihr irgendwo auf meinem Channel finden, da hat er die Wölfe voll gemacht, das war einfach nur krank, mal gucken, was heute passiert, ich hoffe, äh, generellen Hits und nicht nur Geld ziehen, das wäre natürlich öde, muss sagen, die letzten Male war das mit den Slots ja gar nicht so gut, ähm, beziehungsweise einmal war okay, so, da habe ich halt alles wieder verknallt, ähm, ja, Blackjack hat das meiste gerettet, würde ich sagen, jetzt in der letzten Zeit, Zeit mal schauen, was heute kommt, wäre geil, wenn der Slot gibt und wir in die Freispiele kommen, ich hätte natürlich auch Bock hier auf ein Wolf Feature, dass er mir irgendwie die Wölfe vollknallt, das wäre am besten sogar, mit direkten, dicken Gewinn einfach, Ah, let's see, hier im Five Gringos, was der noch für uns über hat, wie gesagt, Blackjack hat mich am meisten hier gerettet, das ging am meisten ab, mal schauen, Ich habe schon wieder gar keine Geduld, ne? Da spiele ich schon noch 102 Euro und habe gar keine Geduld, Ah, einer gefehlt schon, Hmm, Ah, komm schon, irgendwas brauche ich. Freunde, sag dir mal, er soll was machen, ist ja nervig, zieht mir ja, sonst mein ganzes Geld aus der Tasche. Komm. Immerhin mal ein Feature, ein Hoffnungsschimmer. Ja. Das ist schön hart, was ich hier mache. Schade. Die Fünferreihe hätte ich natürlich genommen auf 102 Euro. Aber zwei Features hat er schon mal angetäuscht. Vielleicht wird er ja jetzt wach. Ja. 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 Ich bin gleich raus. 10.000 Euro hat er fast gefressen. Ja. 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 Boah, bitter, ne? Seht ihr nur hier? Abonnie nicht vergessen, Like nicht vergessen. 6.000 Euro Wunsch bei Abfahrt. John Hunter Book of Tut Re-Spin Edition. Boah, Verlänger. Machs Buch, machs Buch, machs Buch, machs Buch. Wie kann man so sein? Okay, ein einziger, komm, K rein. Hm, schade. Erster Vierer, 60 Euro verfeinsat. Mach fünf Bon. Let's go. K, 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 K. Okay, drei Siege. Oh, Verlänger noch. Minus 2.000 Euro. Seht ihr nur hier? Abonnie nicht vergessen, Like nicht vergessen. Mixer. Mach die rein. Ach doch. Dafür haben wir doch Re-Spin aktiviert. Verlänger. Oder Mieze, komm, eins von beiden. Digga, gar nichts, ist so assi. Komm, mach, mach den Fünfer. Komm, mach ihn. Auf 60 Euro fach, Alter. Komm, 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 Mieze, 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 Mieze. 18.000, Alter. Boom. Bam, Alter. So nehm ich. 20.000, 130 Euro, bam, und wir sind zurück, 58.000 wieder auf den Tacho, 60 Euro fach Vollbett gekriegt, Mieze. Boah, ist das krank wie das Spiel im Moment hier, ey. Boah. Geh rein. Das wär klingen gewesen, auf 60 Euro einfach so rein. Was'n Game. John Hunter. Book off to the Wii Spin. Und jetzt mit dem vollen hinterher, oder was? Komm, mach ne 10 rein. Oh, schade. Einfach voll bis Junge. 20.000 Euro. Aber gut, man muss auch sagen, ich hab ja quasi 12.000 Euro dafür ausgegeben. ne. Also das ist natürlich schon auch krank. Ah, das passiert auch immer nur, wenn man erst alles verliert. Aber trotzdem, ich will mich gar nicht beschweren. Echt gut was auf den Tacho hier. Puh. Schade. Ah. Oh, Kopf, ja krass. Ach, schade. Jetzt kann er im Base Game dann schon knallen, ne. Und 3 Asse kriegst und auf einmal macht der da raus ein Vollbild oder so. Oder 3K. Ja. Jetzt mach 3 Asse. Jetzt komm. Einfach nur ein Buch. Einfach nur ein Buch. Komm schon. Let's go, Alter. 60 Euro. Puh. Sorry, Freunde. War ein bisschen laut. Ah. Aber jetzt seht die Session hier. Es ist natürlich wieder von 1.000 Euro. Die guten Geistern verlassen heute. Spannend. K, okay. K ist ein super Symbol. Nämlich. Nee. Bist du verrückt, Junge. Mach jetzt. 480 Euro auf 60 Euro. Will der mich verarschen? Was ist das denn? Der hat nicht mal einmal Weatspring gemacht. Na, mach jetzt das halt voll. 10. Asse. 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 Das war was, Gern. Ich hab mich nur so gefreut. Das war was, Gern. Ich hab mich nur so gefreut. Ey, das ist das dritte Mal, dass du nur ein 3 machst. Das wäre krass, beim Rummeln. Ja, und jetzt, jetzt wenigstens mal als K. Wenn du in den Freispielen das schon nicht machst, bam bam. Ach, das ist eben zu teuer, glaube ich. Ist halt auch teuer auf Max-Einsatz, 60€, ne? Und gut, andersrum, der hat ja auch 20.000€ Freispiele gezahlt, dann ist das nicht... Ah, 480€ war schon happig. Dich schon los. 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 Dich, dir anything zu tun. Dich. Dich. Guck mal, er deckt jede Runde was auf, aber da kommt einfach nichts. Dann macht er das doch dreimal, jetzt ass, 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 ass. Wie oft der jetzt was aufgedeckt hat, ne? Das wär geil gewesen. PIZZA! 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 Ja, machst es auf keinen Fall nach, wie ich zocke heute wieder, ne? Let's go! Jetzt schönes Symbol. 60 Eurofach. Ah, ist perfekt. Und jetzt zahlen. Nee, direkt rein. Nein, der macht auch Spaß. Das ist ja schon wieder wie gerade. Mach die Asse da rein. Ass, 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 Ass. Boah, Verlängerung wird krass. Hier, Scarabeo. Hoch. Auf mich so zu scammen. Junge, mach doch mal 3 jetzt. Auf den letzten. Ja, macht da raus ein Vorbild. Bam, bam. Also geistig krank, schlecht. 990 Euro auf 60 Eurofach. Also weiß jetzt nicht, was der mit mir macht mit seinen Freispielen. Oh, so ist er der ein Vorzakkerfil. Ja, das könnte der eigentlich mal aufdecken und dann mal machen, ey. So wie der das gerade gezahlt hat. Die Zeit hätte ich genommen. Ich würde generell irgendwas mal nehmen. Zum Beispiel Symbole wie 10 oder J kannst du doch eigentlich easy geben. osos so Das war's. Das war's. Oh. Schade. Ein Kopf runter. Ich sag, der macht voll, weil ich jetzt runtergegangen bin auf 30. Let's go. Bei der hat er quasi 6000 Euro auch schon von mir gezogen jetzt wieder. Das war eigentlich ein leichtes für ihn, jetzt ordentlich zu zahlen und trotzdem, dass ich ja noch niedriger bin. Ding, ding. Na, Hauptsache der zahlt, komm. Mach mal jetzt zwei Asse da rein. Bam, bam. Da wenigstens jetzt mal eins. Das wäre nur 3er, zehn Spins noch, dank der Verlängerung. Überall ist der Kopf. Digga. Schon gedacht, dass er jetzt mal ein Vierer wenigstens. Überall der Kopf immer, ne? Jawohl. Und jetzt. Einfach ein Ass rein. Let's go. Komm. We spin. Ach, schade. Bei meinem Mann Vierer. Das macht. Mann 100 nochmal. 3,8. Oh, das fängt was. Komm. Komm. Ach, schade. Ah, nochmal nochmal. Oh. Oh. Noch eine Chance. Ein Vollbild. Für die Community. Let's go. Und Ass. Ach, schade, ey. Aber, ja. Hat echt noch gut gezahlt, muss man sagen. 5.800. Mal wieder drauf. 52. Passt 53. Oh, ja. Das wäre geil. Oh, ja. Das wäre geil. Ja, trau dich doch mal dreimal in den Kopf. Allein 3 sind schon 6000 Euro. Hm. Schade. Schade. Kann auch mal was aufdecken und dann auch das festhalten, oder, Freunde? Was würdet ihr sagen? Ja, komm. Guck mal, eine schöne Reihe, ey. Ja, komm. Da 60 Euro bei raus. Kopf macht er auch prinzipiell dann immer 2, ne? Wenn er den aufdeckt. Ja, wie Diam potato ist. Ja, das wäre geil. Ja, das wäre geil. Ja, ich mache es alles so. Und好. Hy Ja, jetzt. Das war's für heute. Let's go! 60 Euro fach. 16 Euro krank. Mach noch mal eins. Mach noch mal was. Jawoll. Jetzt noch einen, jetzt noch einen. Komm schon. Mach noch ein K, mach noch ein K. Let's go! 12.000 Euro, Digga. 12.000 Euro. Er macht wirklich zwei Vollbetten. 12.000 Euro, Digga. Guck mal, wie krank ist die Session hier. 12.000 Euro, Digga. Alter! Hat Spaß gemacht, glaube ich, für euch, Freunde. War aber schon wieder eine richtig kranke Session. 56.000 Euro auf dem Tacho. Hätte auch wieder anders aussehen können. Er hat mega Bock gemacht. Trotzdem, falls ihr auch mal zocken wollt, checkt die Links in der Videobeschreibung. Vergesst nicht, glücksbekannte Mann spielt. Bitte nur mit dem Geld, was ihr über habt. Haut rein, macht's gut. Bis morgen. Euer Gambit. Ciao.